Jordan Alain und Max Herre starten in neue Lebensphase Berlin, Sollsängerin Jordan Alain, 50, freut sich, ihren Ehemann und Musiker Max Herre, 50, nach dem Auszug ihrer beiden Söhne noch einmal anders kennenzulernen. Ich erlebe eine ganz neue Lebensphase, weil die Kinder aus dem Haus sind. Mein Mann und ich begegnen uns seitdem von einer ganz neuen Seite und das ist total interessant, sagte die Musikerin im Interview der Deutschen Presseagentur. Natürlich kennen wir uns mehr oder weniger in und auswendig, aber jetzt ist es noch einmal eine andere Phase. Wir sind 1999 zusammengekommen und waren 2000 dann schon früh Eltern. Da hatten wir wenig Zeit, als Paar ohne Familienanhang zu leben und durch die Welt zu gehen. erklärte die 50-Jährige, die zwischen 2007 und 2011 getrennt von Herre, 50, lebte. Vom neuen Lebensabschnitt und der neu gewonnenen Freiheit handelt auch der Song Heidewe auf ihrem sechsten Album Willpower, das am Freitag, 6.10, erscheint. Wie bereits bei früheren Alben hat den Alain auch die neue Platte zusammen mit Herre produziert. Die berufliche Zusammenarbeit mit ihrem Mann sei eigentlich die ganze Zeit win-win, findet die gebürtige Berlinerin. Und was sind nun die Pläne des Paares? Wir haben immer gedacht, wenn die Kinder mal aus dem Haus sind, gehen wir ganz viel auf Reisen. Jetzt ist es aber tatsächlich so, dass wir mehr arbeiten denn je. Ich glaube, wir haben nie so viel gearbeitet wie in dieser jetzigen Phase unseres Lebens. Das wird wohl zunächst auch so bleiben, denn mit ihrem neuen Album wird den Alleen im November durch Deutschland.